Ähm, ja. Kommt in unsere Luftschleuse rein? Sieht aber auch bescheid aus. Hier? Ja, sieht man nicht. Warum fliege ich denn jetzt so? Äh, ich brauche definitiv Eisen. Da ich Material brauche. Oh, fertig. So, dann machen wir mal, äh, Gold rein. Gold braucht nicht länger als Kupfer. Ähm. Können wir da schon mal reinklappen? Dann brauchen wir, das ist okay. So, dann werden wir das hier mal zuschweißen. Ach, boah. Oh, schweißen muss ich auch noch machen. Ähm. Habe ich denn jetzt die Eisenklappen, habe ich hier reingeräumt? Da sind wir. Bin mal weg. Alles klar, Reel. Und danke fürs Vorbeischauen. So. Und dann können wir hier nämlich drauf rumlaufen. Äh, den Spind werde ich mal aufbauen. Den Spind, den Spind, den Spind. Sieht doch lustig aus. Äh, Schmerzsicherung. Spind. Ich könnte eigentlich auch schon mal die Wände ziehen. Sollen wir mal die Eisenbahnwände. Hier drinnen? Nee. Ähm. Damit wir schon mal einen Schutzraum haben, falls was sein sollte. So. Ach, wie tue ich hier? So. Dann. Hier oben. Da machen wir aber... Hier müssen wir, glaube ich, so machen. Hier unten. Äh. Eisenbahn. Machen wir vier Stücke. Einen Rest machen wir mit Eisenfenstern. Also Iron Window. Oh, das war's schon. Das war hierhin, ne? Ich muss sowieso gleich noch, äh, Eisengerüste draufbauen. So, dann werden wir mal, ähm, müssen Eisen hier noch was machen. Eisenwand. So. Habe ich jetzt alle? Nee, hier habe ich noch was. So, dann brauche ich noch Eisenplatten. Ich habe auch nicht mehr so viele. So. Achso, ich kann ja auch mal Eisenplatten schon produzieren lassen. Achso, ich habe keine Eisenplatten mehr. Achso, einen Stacker muss ich dann auch, äh, dann noch bauen. Damit er mir das alles mal zusammenstackt. Den Boden muss ich dann auch noch zuschweißen. Da, 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 hier. Habe ich oben alles schon? Ja, oben habe ich schon soweit alles. Mal kurz stoppen. Äh, Batterien werden wir auch schon mal austauschen wieder. So. Wie hast du denn jetzt hier schon mal? Komm, wir tauschen mal zu Kupfer. Dann können wir mich... Elektro-Drucker? Achso. Kann ich ja nicht basteln, weil ich Kupfer brauche. Äh, wie viel brauchen wir denn? Zehn. Machen wir gleich mal stoppen und dann schon mal was reinkloppen, damit wir den, äh, Elektro-Drucker schon mal bauen können. Hm. Was war denn noch? Nö, nee, das andere kann ich glaube ich... Truhe, Tür, Elektronik-Drucker, den machen wir jetzt gleich. Den Rohrbieger brauchen wir. Was braucht denn der alles? Oh, Kupfer. Ähm. Stapel-Einheit. Oh, Kupfer. Überall Kupfer. Werkzeugmanufaktur. Kupfer. Also überall brauchen wir Kupfer. Okay. Ich muss mal was rausholen hier. Okay, den wollte ich jetzt nicht. Egal, ich baue die Netze. Immer so ein bisschen Stück für Stück. Beide? Hä? Okay. Eigentlich wollte ich einen Elektro-Bau- Den elektronik-Drucker bauen. Okay. Ich bin auch. 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 Ach ja. Äh, in der Zelt könnten wir aber auch schon mal was schweißen, glaube ich. Ähm. Ach, Mist. Jetzt habe ich das Kabel getroffen. Ähm. Kabelschneider. Dann kannst du hier weitermachen. Das war so jetzt nicht geplant. Ach, jetzt hat er aufgehört. Ach, Scheiße. Na egal. Dann machen wir das anders. Dann machen wir Elektronikdruck als erstes. Das habe ich vor dem Kabel gerade getroffen. Das wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Aber wie das manchmal so ist, ne? Man trifft immer das, was man nicht treffen will. Glarscheiben sind... Da war Futter drin. Da war ich doch hier schon vorne dran. So, rein hier. Hau an das mal alles zu mit Scheiben schon mal. Weil wenn der erste Schneesturm kommt, dann sind wir wenigstens schon mal geschützt. Soweit. Da habe ich einen Jünger. Der ist völlig falsch dran. Das muss ich gleich nochmal machen. Hau da 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 da. Na komm. Wie ist überall? Haben wir jetzt alles schon? Das ging aber schnell. Ne, da haben wir noch. Ja, im Dunkeln sieht man das nicht so. Guti. Dann haben wir alles mit, äh... Woh, 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 woh. Stopp, 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 stopp. Wir brauchen dich nur einmal. Dich brauchen wir nur einmal. Dich setze ich mich hier hin. So, Schweißbrenner und Eisenplatten. Eisenplatten habe ich nicht. Das heißt, ich brauche Eisenplatten. Gib mir mal Eisenplatten, bitte. Eisenplatten. Also, warte mal. Ich habe den Spinnenbrot da. Ja, stopp, 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 stopp. So, Schweißbrenner. Schweißbrenner. Kabelspiegel. Kunststoffplatten. Äh, Stromdreher. So. Dann haben wir den auch. So, dann geht es hier weiter. Mit Werkzeug. Jetzt müssen wir den neu bauen. So, Kabel. Kabelschneider. Äh, so. Ach, jetzt wird er bestimmt gleich wieder abbrechen. Ah, das ist doch klar. Aber was ist... Was soll's? So, dann können wir mich hier... Ähm... B-b-b-b-b-b-b-b... Solar... Stationäre Batterie... Gold, Kupfer, Stahl... Okay. Computer... Peisender... Genau, Peisender... Okay... Treibstoffgenerator... Brauchen wir jetzt keine Landeplattform... Brauchen wir auch gerade nicht... Äh... Solarmodul... Solarmodul... Ah, hier ist ein Kupfer... Nee, da... Das, was ich brauche... Das ist da, wo ich Stahl brauche... Äh... Transformator... Verkaufsautomat... Verkaufsautomat... Ah, die Sonne kommt wieder... Ah, wie schön... Aber der Anfang ist immer schwierig... Aber... Hier habe ich eine Scheibe noch nicht drinnen, wa? Ja... Na komm... Ah... Die Platte... Und... Eisengerüst... Ach nee, Wand... Nicht Eisengerüst... Wand... Äh... Neusetzen... So... Eisenplatten... Und Glasscheiben... Jetzt passt das... So... Jetzt bräuchte ich aber nochmal zwei Wände... Mache ich hier aus Glas... Mache ich hier aus Glas... Mh... Eisenwand... So... Und auf... Sooo... Dann haben wir das... Gucken wir das jetzt mal Stopp... Ich kann nicht schon viel drinnen, aber... Ähm... So... Dann brauche ich... Eisenplatten... Brenner... Kabel... Spule habe ich hier drinnen... Wie? Kunststoffplatte... Ich brauche gar nicht mehr Inko... Mit Schraubendreher... Oh... Ich habe meinen Brenner noch ein... Das ist nicht so schön, wenn er an ist... So... Ähm... Kohle ist alle... Ist halt so... Ist auch durch... Dann hauen wir hier nochmal... Gold rein... Hier schmeißen wir jetzt mal... Unseren Kupfer rein... Äh... Werkzeugmanufaktur... Haben wir... Was ist das denn? Warte mal... Kann ich den Drucken? Ähm... Achso... Warte mal... Die Tür... Achso... Hier muss ich auch noch schweißen... Ähm... Ne... Da konnte ich nichts mehr machen... Äh... Die Türen... Ich hole mal die Türen... Warte mal... Das pack ich hier mal rein... Das brauchen wir grad nicht... Das brauche ich grad nicht... Das brauche ich grad nicht... Das brauche ich grad nicht... Kohle... Was ist das hier? Ach... Blei... Warte mal... Machen wir das so... So... Dann hole ich mal die Türen... Äh... Das brauchen wir... So... Das brauchen wir... So... Das muss ich den auch noch herstellen... Ähm... Eine Konsole... So... Ähm... Den Sensor brauchen wir... So... Den Gas-Sensor... So... Türen... Wollen wir aber die hier... So... So... Luftschleusen... Steuerung... Diskette brauchen wir auf alle Fälle... Und das brauchen wir auf alle Fälle... Und das brauchen wir auf alle Fälle... Das brauchen wir nicht... Ne... Genau... Mh... So... Die Beschrift... Da brauchen wir gleich doch noch... Ich glaube das mache ich wieder zu hier gleich... Äh... Er guckt nicht als er hier... Zwei jetzt drückt... Ja... Machen wir noch ein bisschen... Ähm... Hier mal reinpacken... Eigentlich brauche ich ja alles soweit... Plattinen... 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 Götchen... Mh... Plattinen... Mh... Plattinen... Slasher... Fall doch rein... Mh... 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 Das packe ich jetzt hier mal rein... Das brauchen wir jetzt alles grad nicht... Was haben wir hier... Hier haben wir noch eine Eisenplatte... Ich baue zwei... Das heißt... Äh... Kunststoffplatten nehme ich mit... Kabel... Na klar... Muss ich auch gleich noch machen... Da brauche ich definitiv Kupfer... Äh... Das machen wir mal aus... Mh... Mh... Ich schmeiß mal die Kohle hier rein... Weil die Batterie ist da gleich leer... Ähm... Achso... Schweißbrenner... Achso... Ich wollte hier... Eisenplatten... Eisenplatten brauchen wir jetzt mal ein paar... Dann brauchen wir... Achso... Gabel-Spuler... Schweißbrenner und Kunststoffplatten... Und Schraubendreher... So... Dann haben wir den Rohrbieger auch fertig... Dann... Dann ist er schon mal schick... Dann haben wir schon mal das Wichtigste... Äh... Upgrades kommen denn noch... Uuuuh... Dann machen wir mal kurz Stopp... Sammeln die mal... Ein... Äh... Kabel... Ah... Kabel, Kabel, Kabel... Ich hier schon... Klar, Kupfer durchdrehen... Ähm... Ich brauche aber erstmal noch... Und ich glaube ich hier drinnen... Wo man war... Stopp... Den baue ich definitiv... Das ist ja... Zumindest den... Einen hier erstmal... So... 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 Ja... Die gehen da natürlich nicht rein... Weil der nicht an ist... Da ist nur einer drin jetzt... Achso... Kabelschneider brauche ich... Sonst kann ich die nicht verbinden... Ach... Ach... Kabelschneider wollte ich... We're dressed to the night... And we're feeling fine... Like a bull-tied troubadour... So... Butt in that jacket... Zip that dress... Au... Rachidor... Der ist jetzt... Achso... Weil ich ihn verbunden habe... Ah gut... Ist jetzt nicht so schlimm... Äh... Den setzen wir mal... Ich setze jetzt mal auf 500... Komplett hoch... Der macht ja eh immer nur so viel... Wie er kann... So... Den kannst du jetzt hier weitermachen... Achso... Anscheinend sollte ich den vielleicht auch mal... Der frisst die alle auf... So... Und geht das hier nicht? Ach Mensch... Ich hab Blei da reingeschmissen... Man sollte vielleicht auch die Kohle da reinschmeißen, ne? Dann funktioniert es auch mit den Nachbarn manchmal... Wie man nochmal so schön sagt... Äh... So... Dann kannst du hier weitermachen... Sorry... Passiert... Äh... Ist Kohle komplett durch? Nee... Weiß ich glaube ich noch was können wir haben... Sooo... Und dann kommen wir... Gehen wir mal von hier aus... Ah... War zu viel... So... Hier hat er wieder Stop gemacht... Dann schalten wir den wieder an... Ich muss mal eben was gucken... Warte... Ähm... Was brauchen wir... Achso... warte mal... Ich muss ja... Ich wollte... Achso... Den brauch ich ja sowieso... Warte mal... Na... Die muss ja auch noch verbinden mit Kabel... So... Ich brauch schon mal ein paar Kabel... Danke... Danke... Kannst du weitermachen? Ähm... Was ist hier... Was ist hier... War das hier drin... Könnte ich den schon machen... Oder muss ich das heißt Upgrade... Ich glaube ich muss erst Upgrade... Ne... Ah... Das heißt... Was brauche ich denn alles dafür... Upgrade... Upgrade... Hier kann ich den nicht machen... Kann ich den hier nicht machen... Die Upgrades... Ich vergesse es jedes Mal... Upgrade... Äh... Up... ... ... ... ... Upgrade... Ne... Äh... Dann war das hier drin... Upgrade... Ach nee... Ich muss den Upgraden... Damit ich die anderen Upgraden kann... Okay... Äh... Äh... Da... In der Drehmaschine... Upgrade... Upgrade... Ne... Äh... Wenn ich jetzt... Upgrade... Reicht erst mal ein Kabel... Mh... Äh... 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 Hier... Ach... Auch so... Immer so ein Bug... Das ist...